Herzlich willkommen zurück zum Millennium Falken 2018 mittlerweile. Wir nehmen das Projekt mit ins neue Jahr. Wir haben immer noch Heiligabend und ihr habt schon Ostern rum. Typchen 16, vorletzte Woche. Kaum zu glauben, vorletzte Woche. Heute läuft es einigermaßen ruhig, muss man sagen. Wir haben zwar ein, zwei Fehlerchen gehabt, aber die konnten wir besser kriegen. Schnell ausmatchen. Da muss man sagen, das läuft recht gut. Oh, wie, kein Graum. Das scheint wieder ein bisschen größer. Hier sind auch Lüfe aufpassen. Hier sind wir gleich genau. Hier sind spezielle Dinge dabei. Wie ist es eigentlich? Diese Steine mag ich irgendwie. Wer weiß warum. Aber es ist mir aber aufgefallen, dass ich alles hier irgendwie... Das scheint so ein zentraler Punkt zu sein. Hier haben wir noch ein böses Kreuz. Wer holt die Spezial-Teile mal raus? Ich kenne ja schon mal die Figurchen zusammen. Bei uns sind nämlich zwei hier dabei. Aber erst zoome ich euch ein bisschen ran. Hier schauen wir mal an den Oberteil. Hier sitzt wahrscheinlich irgendwo ein T-Shirt vor einem Rechnern und wir frieren uns hier ab quasi. Aber ich mag das kalt eigentlich. Ich mag es auch kalt. Ich mag es auch kalt. Ich mag es kalt. Ich mag es kalt. Ich mag es kalt, den magst du immer. Ja, ich bin aber mehr ein Fan von der kühleren Seite. Wer ist denn hier das Vibe? Das Vibe ist das braune. Ja. Leer. Das soll leer sein. Da ist die Hose-Zone. Wahnsinn. Das klingt nämlich mal klein. Und die ist auch eine Hose. So. Genau. Die Haare. Habe ich doch auch schon. Das sind Haare. Sind das ihre? Ihre. Aber seine fehle, ne? Seine habe ich noch nicht. Tja. Hä, wie gehören die? Achso. Mach. Dumme. Er hat Graue. Graue. Also eine Art Helm. Hier ist es doch. Okay. Fehlt nur noch seine Waffe. Seine Waffe. Wobei die wird sich finden. Die ist hier irgendwo. Ich lege das mal beiseite. Die wird ja am Schluss über bleiben. Das habe ich aber schon mal gesehen. Ja? Dann her damit. Ich habe sie gesehen. Ich habe hier nur Pistolen. Wobei, das ist auch nicht schlecht. Science Fiction. Du hast einen Revolver. Stimmt. So, die kriegt die. Aber sie hat sie. Sie hat auch eine Waffe. Sie hat auch eine Waffe. Die hier. Okay. So, den setzen wir dann mal hier drauf. So. Nur für die Folge. Nur für die Folge. So, wenn dann das... Ist sie rechts oder Linkshändler? Sie ist auch rechts. Rechtshändlerin. Rechtshändlerin. Händler. Händler. So. Du baust das. Ich baue wieder meine Seite. Ich baue. Ja. Das wird spannend, Freunde. Die letzten Züge. Was ist das? Genau. Die letzten. Easy easy. Da haben wir uns den Heiligen Abend auch verdient. Ne. Ne. Den mal gefalten, ja. Ne. Ich meine, wenn wir hier fertig sind, haben wir uns den Heiligen Abend verdient. Ach so. Dass wir uns dann ruhigen machen. Und schön feiern nachher. Ja. Ja. Wir feiern unseren eigenen Sieg hier. Ja. Wie immer. So. Das wird auch wieder spannend, ne. Wie man das dann nachher dann kriegt. Ui, 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 ui. Das wird ja auch... Das ist was anderes. Kannst du gleich wieder gucken. Du willst ja nicht immer... Was bin ich denn? Weiß ich auch nicht. Ich würde mal was sagen. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal Teil an diesem Video. Du solltest nicht immer gucken, was das wird. Ey, das war doch klar, was das wird, oder ne? Nein. Weißt du, du warst vorhin schon am gucken, wo die Sachen drauf kommen, ohne dass ich es fertig hatte. Ja, wirklich. Ja, und mich jetzt tabeln wollen. Was ist das denn für eine Nummer? Unglaublich. Das ist doch wenig. Ich sehe mich schon wieder im Kerker. Ja. Sehe ich dich auch. Großartig. Großartig. Bitteschön. Ich will mich immer einsperren. Wir machen eine Spendenhaut lang für mich. Freiheit für Thorsten. Freiheit für Thorsten, den Legopower. Das ist auch eine schöne Farbe. Ja, wie gesagt, das wirst du hinterher nie wieder sehen. Aber ich weiß, dass es drin ist. Du weißt, dass hier irgendwo was Grünes steckt. Weißt du noch wo? Ja. Wo? Zeig mal wo drin. Da drin drin. Beweis mir das Gegenteil. Das ist auch so Militärgrün hier, ne? Ja. Er hat ja auch was Militärisches die Kiste. Nein. Das ist Frieden stiften. Frieden stiften, genau. Schwarzter Zweier. Ja. Schweizer Zweier. Schwarzter Zweier. Schwarzter Zweier. Lohle Zweier. Ohr. Kein schwarzer Zweier. Kein schwarzer Zweier. Das ist jetzt aber schade. Was siehst du denn? Welchen brauchst du denn gerade? Wo bist du gerade? Da, den. Nimm den, bevor der andere kommt. Das nennt man genug tun. Du brauchst aus, oder was? Ja, ich hab mir gedacht, ich fand schon mal an, aber weit bin ich noch nie gekommen. Ja, diesen brauchst du nicht. Den brauchst du auch nicht. Die sind das. Ach, die sind grau. Ja, sicher. Aber den Start sind wir so. Da kannst du noch lange gucken. Du brauchst vier Stück von, ne? Hä, warum? Unten drunter? Nein. Ne, das ist was anderes. Das ist schon wieder was anderes. Ja, aber dann kommen die auch noch mal, siehste. Da brauchst du doch vier. Das sind drei. Ja, unten drunter? Der unten drunter ist grau. Ach, ich setz mich jetzt hin und du machst das für mich. Ich seh von hier aus die Farbe nix gut. Ja, ja. Das hätt ich jetzt auch. Das ist nur ne Ausrede. Miep. 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 Eine Ausrede ist das. Eine Ausrede ist das? Ja, ja. Es lief so gut, ne? So. Kann schon. Dann das. So. Dann das weiße. Hier so drauf. Und das hier so drauf. Weil, hä? Muss das nicht gleich hoch sein? Ich will mir keines Fehlers bewusst. Ja. Bist du nie. Nee, bewusst ist es hier auch nie. Das muss auf der gleichen Höhe sein. Ist es das nicht? Und warum nicht? Das finde ich gerade raus. Dann finden wir es. Hm. Oder nicht. Also wenn ich auf den Falschlaube. Das hier. Also wenn ich auf den Falschlaube. Ja. 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 Das ist schon mal so richtig. Nur wenn ich den drauf mache, ist es nicht auf der gleichen Höhe. Und hier ist es auf der gleichen Höhe. Weißt du was wir nennen? Ist der hier vielleicht falsch? Welcher ist das? Der da. Ja, da kommt ja auch noch was drunter. Nee, mit dem noch. Ah, hier kommt noch was drunter. Ja, das mein ich ja. Irgendwie fehlt da was. Nee, bei dem hier. Irgendwas. Bei dem fehlt was. Bei dem fehlt grad. Ja, da muss er dann noch was. Das war mein Fehler. 5.000 Milliarden zu Null. Ah, hierhin vergisst du ihn nicht. Jetzt noch mal. Habe ich von dir nie ein Foto gemacht? Ähm. Hab ich doch gesagt, die mach ich doch von weiter oben. Ach so, das war die Geschichte. Ist schon wieder so lange her? Ja. Natürlich. Ja, du lässt dir grad sehr viel zu ein. Dann passt das auch. Wahnsinn. Ja. Lass mich das... Was ist mit den Steinen? Die sind doch auch nicht richtig. Müssen die beide in die... Okay, gut. Ja, stimmt sogar. So. Man muss bei dir alles zehnmal kontrollieren. Ah ja, bei mir. Ja, genau. Bei dir. Seit wann? Seit jetzt. Sonst wird das nie was. Wie sieht das? Das und welche sind so komisch blaue? Das sind die hier. Was ist denn das Ritter? Biep, 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 biep. Auch innovativ. Okay. Bis du was eingestellt hast, hast du es schon längstens mal weitergefunden. Nein. Die Augen registrieren lässt. Und dann weiß die Hand, was sie sucht. Ach so. Wie zum Beispiel jetzt. Ach so. Habe ich nur falsch gedacht jetzt. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Na, das ist ja dann einiges. Ach so. Hä? Das hat alles sollen sein. Dass es gleich hoch ist. Der ist aber falsch, oder? Ich glaube, den kriege ich nicht so einfach raus. Da hat Tobias was falsch gemacht. Ich. Nichts Gravierendes, aber immerhin ein Fehler. Niemals. Nichts Gravieren, das ist ja gut. Was war es dann? Da war so ein Riffelstein falsch rum. Die gibt es ja senkrecht und waagerecht und da war verkehrt. Nichts Bewegendes, aber falsch. Einfach nur falsch. Falsch ist falsch. Na, 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 na. Herrlich. So. So. Muss ich auf 1000 warten? Ja. Ich musste nicht auf die Steinchen suchen. Ja. Ist halt noch nicht so übersichtlich. Nein. Noch nicht. Nein. Es lichtet sich langsam. Ja. In zwei Tüten wird es ja übersichtlich sein. Ja. So. Da kommen noch so Lämpchen rein. Hm. Nicht vergessen. Ja, nee. Ich versuche schon einigermaßen hier, dass man so... Das meiste habe ich mir zufrieden. So, und ich brauche jetzt diese Special-Steine über deine Pfoten weg. Okay. Die Tür. Ja, genau. Danke. Die hätte ich schon so breit gelenkt. Wie ist denn? Schon passt das nicht. Oder? Muss das da rüber gucken? Ja. Wo muss das rüber gucken? Ja, die müssen... Aber nur rüber gucken. Die Tür müssen rüber gucken. Die Tür müssen rüber gucken. Einer Seite... Schon richtig. Ja, muss ich mal gucken. Okay. Toi, toi, toi. Eingriff und die Sucherei gehen los. Ja, sehr schön. Ja, die sollen hier dran. An diesem... Ah, da unten. Da unten dran, an dem Schwein. Ja. Ja. Das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Hallo. Salz für dich. Was hast du da drauf gehört? Mann, Mann, Mann. Das will doch keiner. Toi, jetzt ist das schon fertig. Ja, weil ich es schon vorgebracht habe. Ja, ich kann ja nicht. Ach du Scheiße. Das brauche ich gar nicht hier. Nimmer. Wie, warst du gar nicht. Das brauche ich. Es ist schon wieder was Neues. Ich kann ja auch schon mal hier mal und wieder. Ja. Das brauchen wir schon nochmal. Nein, glaube ich nicht. Das ist ja alles... Ach, das was du da machst, oder? Ja. Das kann man. Aber dann stimmt, wenn der Spiegel verkehrt hat. Weiß mal nicht. Weil diese Rohre ist ja länger. So lange ist sie nicht. Doch, die ist länger. Ja. Du, die wollte ich doch vorher nicht gucken. Ja, wieso? Das ist doch logisch. Nein, so logisch ist das auch nicht. Ich habe jetzt nur geraten. Ich habe auch nur Ratten. Ich habe auch Ratten, die gehen. Die Ratten. Verstehste? Ach so, ja. Verstehe. Du hast ja den Klocken geflüchtet. So, dann der hin. Dann der hin. Dann der hin. Dann kommt der hin. Ach. Also, ich kriege Fummelkram noch mal. Zum Schluss willst du dann noch mal knirren. Ist doch gut. Du weißt, was in der letzten Titel uns noch für Fummelkram war weiter? Einstein. Meer. Einstein. Meer. Einstein. Einstein, das glaube ich nicht. Das ist jetzt grau, ist das schwarz. Ich bin total blind. Wo? Diese Dinger hier. Ja. Ich glaube eher, dass das grau ist. Weil dann schwarz... Die sind grau. Finde ich es nicht. Ich finde auch die Konsolen. Noch mehr Konsolen? Die jetzt noch heute? Nein, schräg sollen die sein. Abgeschrägt. Diese Dinger hier. Sehe ich auch nicht. Die sind toll näher. Ja, die sind fast. Mhm. Das sehe ich auch nicht. Ist hier was? Oh, ich glaube, da ist was. Jo, da sind sie. Boah, wir werden jetzt ja die falsche Farbe ansuchen. Ich habe aber auch schon alles gesucht und nicht grau. Ja. Lego, Lego, Lego. Das geht wieder ab. Ja, kann passieren. Darf ich aber nicht. Ja, heute ist ja echt schlimm. Du bist ja sonst nicht so müde. Ja, hat ja Grund dann. Hattest du das? Du warst um 11 Uhr im Bett, was ist das denn Grund? Das Läge schlafen als ich. Na, wahrscheinlich das denn. Ich habe zugelassen, wenn ich schlafe. Kennt man das? Ja, kennt man. Ja, das ist aber, glaube ich, auch mal müde, oder? Sicher? Kann man zu lange schlafen? Ja, kann man. Man kann sein ganzes Leben verschlafen. Ja, das ist ja bildlich geworden. Ach, Thorsten. Wir machen jetzt mein Geld kaputt. Kannst du reinstecken in den Pin? Ja, ist die Frage welchen. Ja, den langen. Wow. Passt sogar, ne? Wow. Wow, was sagt der? So, jetzt ist das hier. Das sieht schon sehr merkwürdig aus. Zum Klappen, wo kommt das dann? Hier ran. Jetzt habe ich ihn eingesteckt. Ich darf ja auch gern. Weil du kürzer gestorben warst. Genau, so ist das. Ich hatte ja irgendwie 6, 6,5 Stunden Schlaf oder so. Ja, aber weil du bist der Auto gefahren. Hm, wie sieht das komisch aus. Müsste so hochklappen, ne? Ja, weil das andersrum ist, ne? Hm, das auch. So, einmal drehen. Da kennen wir ja nichts. Das sieht doch schon besser aus. Ui. Oh, Gott. Scheißen Sie jetzt wieder ein, weil das wäre Eis. Ich glaube nicht, dass das so richtig ersatzte. Oder? Könnte sein. Ja, nicht ganz. Irgendwas stimmt da nicht. Ich kann das gerade nicht einsetzen. Irgendwas stimmt da nicht, nee. Das ist schon richtig. Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht was. Kann nämlich einmal einfach was passen? Überleg doch nochmal. Oh, Gott. Es hat ein Teil dran, zwei Teile ab. Es ist unglaublich. Guck, aber jetzt ist es fertig. Ja, wenigstens etwas. Das ist so rum. Müssen wir gleich nochmal zurückblättern. Wie zurückblättern? Warum machst du alles kaputt? Ich weiß nicht, wie was ich da mache. Es hat mal abgegangen. Einfach so. Nee, ist richtig. Oder das ist immer top. Das ist mal angekommen. Prop. Ja, fremde Mächte im Spiel. Ja, böse Mächte. Fremde böse Mächte. Ganz richtig. Ja, wir gehen. Vielen Dank. Ja. Ob das wirklich richtig steht, siehst du, wenn es drauf geht. Oder nicht drauf geht. So ist es. Komm schon, wir haben schon 1160 Schritte hinter uns. Ja. 3 mal 1160 Schritte. Okay, wenn jetzt was nicht passt, habe ich die Aschkarte. Das bleibt ja auch erstmal beiseite. Guck. Das hier kann doch auch nicht schlimm sein. Guck. Das kann nicht schlimm sein. Warum ist das hier schief? Was ist schief? Das hier rum. Guck doch mal, das ist nicht gerade drauf. Ja. Ropf. Aber das Geräusch mag ich gar nicht. Ja, aber warum? Äh? Ich weiß nicht, warum das ist. Das muss, da muss doch was da dran. Ja, aber bestimmt nicht schief. Ja, ich bin hier erstmal beschäftigt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin unschuldig. Ja, da habe ich nichts gemacht. Ich weiß nicht, warum das ist. Ah ja. weitere baumöglichkeiten verzögern sich um die das brauche ich gar nicht das ganze bei dir war ich will das nicht haben aber jetzt ist es richtig bei denen wird rein gib mal ruhig an muss ja zeigen was ich kann hallo ja ich muss das sein die welt möchte das wissen wir sind auch auf die lego fangemeinde gespannt die halten uns jetzt schon für bekloppt ja ja ohne einschränkung hallo wir haben 36 fans oder so ja die halten sich tapfer ich weiß nicht ob du es noch haben willst aber nimmer muss ich sogar das kommt jetzt hier so dran und dann macht er und dann kommt das hier noch dran ich gebe jegliche verantwortung irgendwie ein rubikwürfel es ist nichts abgefallen ja ja das ist doch interessant ich habe nur hallo ich habe nur so wenig ja komm jetzt weißt du mal wie das ist die letzten mal hatte ich immer weniger mal gemahlen schmoll doch schmoll doch schon glaubt man das nicht naja das geht besser so richtig so richtig tja jetzt hängt deine luft nein ich wollte noch zwei teile oh doch so jetzt hänge ich wieder mit dann hängst du da aber das kann ich schon mal raus trommel trommeln ach fuck jetzt habe ich auch noch viel nachher gemacht siehst du aber ich habe es gesehen das kommt nicht auf die Liste ich habe es gesehen das ist halt richtig was man sieht kommt nicht auf die Liste das war der Deal steht in den Rahmenvereinbarungen ja sowas von vereinbaren nicht bewegen ich bewegen ich sortiere schon mal bis zuvor nach was nach Farbe damit das gar nichts mehr sieht ich brauche was blaues so das sieht gut aus so dann brauche ich sowas sowas hier brauche ich mache ja auch viele alle gleiche auf einen Haufen und dann nehmen wir das nehmen was man braucht ach der wird ja bekloppt dann suchst du ja zweimal wieso ja einmal beim vorsortieren und hinterher nochmal nochmal halt das macht aber viel auch hatte ich nichts von so die Tütchen noch ein bisschen separieren das ist okay so halt ne so wie hier so das Haufenchen mit den gleichen wenn du nur Einzelteile hast das ist nichts ach so einen brauche ich siehst du weil ich die zum Haufen gemacht habe ja natürlich die lagen aus Versehen da hast du gar keinen Haufen gemacht wir haben uns aber hingeschmissen jetzt müsst ihr doch meine Haufen finden hier kannst du spielen juhu jetzt muss ich es erstmal hier dran machen jetzt muss ich es erstmal hier dran machen ja wo aber wo tja guck mal wo es passt wo ist das her das rote das ist hier ja ja oh oh ich sehe es schon kommen wir nehmen das gleich nochmal auseinander wahrscheinlich weil dieses Ding überbleibt ich weiß nicht irgendwas groß ist halt bei so einem kleinen Pinöcke macht sich ja keiner Kopf aber bei sowas so so sehr interessant das brauchst du ja gleich auch ich brauche alles ich brauche alles da habe ich sogar schon ein wenig Teilchen hier einmal das ja da gesagt ist der kleine Vorteil ja schon ein bisschen ist das falsch wenig schon mal Cockpit gebaut und die Röhre wir taten letztes Mal 2-3 Tage echt die Fingerkuppen weh vom ganzen drücken und ziehen echt mir gar nicht ungewohnte Arbeit ich habe immer noch ja dieser schwarze Punkt der ist immer noch vom letzten Mal Bluterguss für Lego ja ich bin Lego krank genau steht in der AU ja sehr halt zu viel Lego zu viel Lego genau so viel Lego das ist gut ja das heißt ja nicht so dass es Besteck geben mir ist doch so aufgefallen dass die Stellen empfindlich ja das ist ja auch ähm hä ne ach ach den habe ich nur vorausgesetzt das ist aber nicht da richtig er setzt schon wieder Sachen woher ich habe irgendwie gedacht das wäre ja genauso wie beim anderen das ist aber nicht also hier fehlt doch unter Garantie noch was oder passt das nicht das passt genau hat er aber Glück gehabt das kann das kann die brauche ich gleich so jetzt brauche ich nochmal so ein und nochmal so ein perfekt das ist noch so instrumenten Zeug das ist so süß das ist so süß das ist so süß genau das ist seitig genau das ist seitig wie weit bist du? ich bin doch ich wollte jetzt noch nicht kommen irgendwelche unsichtbaren ach die hast du schon an der Seite geliecht okay dann kann ich ja lange so ich habe doch gesagt ich leg die Teile schon voraus ja ich wusste ja nicht dass das die waren damit sie zusammenbleiben damit sie zusammenbleiben ich hab hier schon mal kurz ich muss das noch so rum eh ja gibt immer Mühe ja kommt schon so jetzt cool schön richtig schön so und der kommt ja oh oh na doch das sieht okay aus hallo hallo ich wollte dass das abfällt das heißt schon was ach du liebe bisschen was ist das denn so fisch was na hier nimm fress oder das steht fisch was ha 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 aber gut ich weiß gar nicht was das für Steine sind da sind alle wieso das sind zwei Haken irgendwelche Ärmchen und bösen irgendwelche Ärmchen und bösen hier ist das Ärmchen und das ist das hier das ist so funny wenn du das hast dann setzt es direkt rein ich fange dann hier schon mal an das kommt dann an der Telefonhörer ja dann können die auch drangehen wenn es klingelt ja oh nein Entschuldigung das ist gut achso du wolltest da weiter ich wollte da weiter schon mal bauen ja weil weil du es mir nicht zutraust nein darum geht es nicht weil ich dann da weiter ansetzen kann nein doch doch trau mich doch nein sonst würde ich das ja nie mit dir bauen so was ja sonst würdest du es nicht mehr nach außen nehmen und wieder auseinander nehmen ich muss das ja nur wegen zwei teilen das war's auch oh ich finde nichts mehr hier doch das irgendwie ist die falsche Farbe oi 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 dann kann ich mir so viel Zeit lassen wie ich mich das ganze ganz viel Zeit lassen jo wenn du genug Platz hast ähm nein auf deinem Küchentisch wird es eng richtig eng das stimmt allerdings Küchentisch brauchst du auch nicht so richtig ach wir müssen schon im Fußboden leben ja dann bist du im Keller oder so ja hab ich auch ne Idee was kommt denn da jetzt dran oh Gott ey da muss er echt da ist auch ein großer Retisch unten im Keller ja ja ich bin total verwirrt grad wir haben ja schon warum absolut ich komm grad nicht mehr klar ne das ist der falsche da kommt noch einer dran meine Augen müssen sich grad so konzentrieren das tut grad echt weh ok also würd ich ja guck dir das doch mal an das gefummel hier das seh ich ne nix siehst du das seh ich das ist es ja man sieht nix wo ist der Haken da aber da aber da fehle wohl ich dann schon mal hehe die Klappe hier gelb, 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 gelb hier ist kein gelb nur noch das hier boah ich hoffe das ist so richtig und wo soll das jetzt hin das ist der das ist der die andere Seite ne also hier das ist der stimmt hat sich nur so das kommt einfach oben drauf ach da oben oh ja genau da oh 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 ok boah quatsch bin ich ja frieme frieme mehr dazu hallo ja genau ja genau das das ah ja da fehlen noch so ein Treiber bevor der Wähler übrig ist wenn ich mich wundere was sitzt das denn richtig sitzt das auch ich korrigiere mal ein bisschen darf ich auch Sekunde Sekunde so ich sitze auch das hast du hier nicht gedraut so memory bloß draufgeknirscht oh nein das sind ja diese Geräusche die man hier hören knusker aber anders geht es nicht weil so ne nö fast 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 sagt er das ist falsch rum oder ne das musst du unten rein deswegen aber fast ist schon mal nah dran mach nicht doch brauch schon mal was hier kann ich nicht von ihr aus doch das geht schon nach nicht halt die Klappe auf den Bauch Schadenfreude gibt es nicht ne muss ich mal reparieren ja reparieren mal das ist das ist ein Freund ne Wahnsinn das ist eine weh ich so das sieht jetzt gut aus Jetzt nochmal. Jetzt aber unten. Das sieht doch jetzt fehl aus. Ja, 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 ja. Sieht schon besser aus, was du meinst. Das ist der Haken hier. Ja, wollte ich ja wissen, wo der hinkommt. Wusste ich doch nicht. Du musst schon mal gucken. Habe ich doch. Gut. So, jetzt kommt die andere Seite. Jetzt machst du es mal besser, so. Nein, fertig. Und schon suche ich Teile. Das ist doch cool. Ja, rund ist ja sonst gar nicht Lego, sagst du. Lego ist ja immer äggisch. Ja, wir wollen ja rund. Ja, ja, deswegen sag ich das ja. Ich guck schon mal, wo der Arme hinkommt. Ach, da. Gut, soll es doch nicht vorher gucken. Na, ich kann es ja nicht abmachen. Nein. Das ist aber auch nicht richtig. Ja. Na, hör auf zu schielen. Oder siehst du schon wieder Teile, die übersehen? Ja, sehe ich eine Menge. Soll das überstehen? Ne, da kommt noch einer zwischen, oder? Ja, da kommt noch einer zwischen. Und dann passt das. Und dann passt das. Ich lasse. Okay. Schau mal das da hin. Das kommt. Wenn das unten ist, da hin. Das kann ich ja schon mal da machen. Verspekuliert niemanden. Mach ich nicht. Ich bin voll realistisch. Ich bin voll realistisch. Surrealistisch. GanzArtistisch. Das wird hier. Na, komm schon. Kann ich doch probieren, wenn du das zurücklaust. und reinsetzen und reinsetzen hier bestimmt hier an den kram das geht ja mal gar nicht doch soll es aber ein frei und dann wie stellen Sie sich das so vor? das ist doch total unmöglich das soll da durch das könnt ihr jetzt nicht sehen ich hole mich ein bisschen raus da ist eine Lücke zwischen da ist schon fertig rein damit do it do it genau da ist er noch und der Arm? der Arm wird nur reingestellt hier vielleicht brauchen wir den später noch scheinbar interessant aber da 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 ist er da ok passt bist du zufrieden? bin ich gott oi jetzt bauen wir auf den Schiff was oi das lass ich dich mal machen warum das kannst du so gut da wo ist denn das Schiff war da? da ok so das kann aber da und da ähm ja dann geht der Arm da auch gleich fest und dann drücke ok da findet man was drauf tatsächlich ja ja da ist der Vierer ist da ah ja da kommt er noch hier hin genau genau und dann und dann kommt dann halt genau ja und dann kommt der Arm daneben wow daneben und so weiter da drauf genau so wo ist das abschließt hinten genau genau warum auch immer darum warum ist die warme mikro oh jetzt 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 kommt der Rest einmal sumi 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 das ist der falsche das ist der richtiger dann nehme ich doch den richtigen so sollte man ja wäre besser wäre besser kommt das so oder was ja musst du ausgucken musst du gucken ja ja jetzt musst du wieder fummeln dass das alles passt vor allem wenn da so komische Lücken drauf tauchen und die hä warum Gitter 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 wo ist denn dieses Gitter da 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 wo soll der 2er hin das ist auch mein meinst du meinst ja 2er muss ich gleich gucken kommt da drauf na ok Rätsel gelöst sehr gut ja ich kann was erzähl doch Experten können wir sowas ja auch Experte bin ich nicht Experte bin ich nicht dann will ich nicht ständig hängen oh dann wirst du bei Börs auch so weit öfter hängen oh dann danke auch ist so hast du das auch das waren schon gute Rätsel muss ich sagen ja ich fand das eine ja schon nicht schlecht mit dem Raum den du da drehen musstest aber ich glaube da habe ich das Spiel aber nur ausgedrückt das war halt auch vor allem werde ich jetzt mit dem Pro Controller spielen ich habe ja jetzt auch den ja hast du ja ähm musst du nochmal spielen dann ok kann man das überhaupt was Breath of the Wild nochmal spielen klar oder ist dein Speicherstand jetzt forever ever konnte man schon will man aber nicht oder manche Dinge will ich anders machen hab ich dir ja erzählt du kannst ja die Taktik ändern das ist ja hab ich dir ja erzählt manche Sachen habe ich verkauft und habe mich dann geärgert ja weil die sind schon später gebraucht worden deswegen kannst du es beim zweiten mal besser besser machen ja oder halt auch einfach mal das Plateau und ab Nacht gerne ach das ist doch so einer ach das ist doch so einer ok ich habe mich schon gewundert Alter wenn wir das mal richtig sehen könnten kann man doch ich habe schon wieder einen vergessen der nächste deswegen passt das auch nicht übrigens hat Andy nach Kalkariko eine Stunde geworden obwohl er sich nebenbei noch umgeguckt hat hä hä hab ich gesagt ich bin aber nur durchgeladen und habe schon eine Dreiviertelstunde geworden hab die Schreine ja allerdings liegen lassen weil du die ja machen wolltest das ist ja ok aber da habe ich mir gedacht wie hat er denn das dann in einer Stunde aber er ist wirklich ein also der kriegt das gut hin wobei beim Plateau hat er schon ein bisschen rätseln müssen das fand ich schon witzig weil er hat nicht gleich alle Schreine gesehen wo er hin muss ok alter ich weiß nicht was ich hier baue das sehe ich nicht warte nix ich hoffe nur dass es irgendwie richtig ist das hoffe ich auch für dich keine Ahnung sieht alles merkwürdig aus ich bin noch gerade hier ähm schon wieder woanders ja ich bin ja schon bei denen den hier bei dir hast du das hier gemacht? ne noch nicht dann mach ich das da wenn du das noch nicht hast dann mach ich da weiter ich such halt noch die zwei die mir da fehlen tja die mal noch da werden die sind schon da achst du da sind zwei da sind zwei dann fehlen auch zwei was ist eigentlich mit diesem Online Service für die Switch hast du da mal was in der Neues von gehört? ne hab ich nicht das soll ja so eine virtuelle Konsole rauskommen ja das schon aber wann hm das hätte ja endlich schon im Herbst starten sollen das wird ja auch immer wieder verschoben irgendwie keine Ahnung Gott immer diese Special-Teile wie viel wie suchst du denn am Ende? hier diese Hörnchen hier ist noch einer hier ist noch einer ja und kannst du mir bei den beiden vielleicht helfen? sowas findest du ja immer ganz gut ja das eine ist hier dieses dieses hier und das ist das toll was soll ich damit machen? lassen sie noch einen Stich soll das zusammen oder so? ne ne da du bist ja sowieso gerade deine Seite das ist ein Lecker das ist ein Lecker das ist ein Lecker dann hätte ich es vielleicht besser sehen können den Haken ach und das andere in den anderen den anderen ah ok ganz einfach ganz einfach sagt der Doktor und schneidet eher die Pulsader durch ähm draußen was? das ist alles richtig ja das ist alles super toll das ist spezial da hast du vergesst ja die zwei Bügel da aber ansonsten ist es nichts Faltes es fehlt halt ein Teil zwei ja zwei Bügel ist das so als wären sie über Mensch und ich hab dann wieder gefragt wo die ja wo die hinkommen ist mir ist klar genau und hier was? was? das ist alles gut ach ach da ist SESA 3 ja ja alles gut bleib geschmeinig ja vielleicht der will es wissen der muss da so eine Lücke der muss da so eine Lücke ist nein ist komisch jetzt kommst du erstmal wieder bei Seite und das ist doch schön das schöne modulare Aufgabe an mir damit komm ich klar sicher die bau schon mal hier ja bau nur die komplizierten Sachen die Technik aber die Technik ist ja eigentlich deins ja stimmt ich muss das nämlich auch machen ich habe vorher viel Technik gehabt hey dich brauchte ich vielleicht auch zweimal nein du Scherz King nein gar nicht da zweimal dann wäre ich halt den schau da mir die Teile du bist hakt ich kenne die Phase nicht du bist ja nicht dass du dir bereitgelegt hast ja warum liegen die wohl vor meiner Nase ich weiß nicht sieht halt gut aus im Bildschirm genau das war eins jetzt brauche ich es nochmal siehst du ja mann 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 hä wenn er schon hä sagt dann kann schon wieder was nicht stimmen hä was soll man da korrigieren müssen ja aber warum geht das nicht richtig rein weil du es falsch gemacht hast lerne akzeptieren lerne Fehler zeigen zu können ja ich muss auch hm dann ist das halt so muss Lego klarkommen ach was habe ich denn jetzt gemacht ah das ist doch auch scheiße oder das war jetzt mein Fehler ha ha ist aber korrigierbar hoffe ich aber nicht so einfach ja brauchst du den Kraun da noch nein bevor du den Kraun geht doch vorher fragen ha 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 so bitteschön bin keiner am zweiten Barm hast du die Unterkonstruktion überhaupt so ne nicht Unterkonstruktion du what unter was da muss was drunter ja aber aber wie mir war halt war mir nicht klar ja doch ne irgendwie nicht so genau getötzt oah ha 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 faap hm lässt sich halt schlicht da reinstecken kann ich machen den her meinst du warum der nicht durch geht Ja, das ist auch eine gute Frage. Das meine ich halt. Wenn du nicht genug Wald eingewendet hast, dann kriegst du dann nie wieder raus. Richtig, die kriegst du nie wieder raus. Gemacht für die Ewigkeit. Ja. Ja, wirklich. Wenn man verkaufen möchte, geht es nicht mehr, einen einzutaten. Wirklich nicht. Ja, irgendwie würde man es mal wieder rausgehen mit Gewalt. Mit einem anderen Stäbchen dagegen pinnen. Mit einem anderen Stäbchen, ja. Hey. Hey, sitze auf dem Schlauch. Luchs. Aber. Da kommt von mir noch ein Häkchen an. Das kommt jetzt. So, das andere ist das. Ne, das ist auch wieder. Das hier. Und das andere finde ich gerade nicht. Das ist die Pistole. Ach, eine Pistole ist sie. Wie sie sagen, wo war immer was? Ne, ich weiß nicht. Das sehe ich von mir. Ich sehe da was anders dran. Hast du nur noch gefragt vor, wer das ist. Mhm. Und das kommt jetzt. Einfach rein. An diesen Haar. So. Knaps. So. Oha. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommen hier die Klappen. Ja, nein. Du hast das auch nicht vorher gucken. Ja, nein. Das ist doch logisch. Das ist logisch. Ich sage dann, und baut es falsch. Ich muss ja nur Spiegel verkörden. Du musst nur und machst es trotzdem falsch. Mache ich auch nicht. Braune. Jetzt müssen wir die Teile suchen. Es geht hin und endet so. Meinst du? Dann geht es doch. Das sagst du jedes Mal, wenn du ein Tütchen aufmachst. Kann ich nicht viel. War ja auch nicht viel. Wann sind wir noch 7000,540 Teile? Was ist denn so eigentlich? Jetzt sind es nur noch 7000... Ne. 23,3,4,5. Jetzt sind es nur noch 62 Millionen. Ach du liebes Bisschen. Zwei frei. Ein grauer. Ein grauer Sechser. Da. Ich rufe wieder auf die Fahrten. Willst du deine Teilekinder... Ja nun. Jetzt ist es ja auch vernünftiger. Ja. Wer? Wer, wer, wenn ich auf das Ende sehe. Den brauche ich gar nicht. Ich brauche den hier. Oh, den brauchst du auch. Scheiße, warum passt das nicht? Ach, weil da noch ein grauer inzwischen kommt. Dann machen wir doch den, bevor der nächste kommt. So, dann kommt da der hin. Dann kommt da der hin. Dreimal sowas hier. Ne, sowas nicht. Eins, zwei, drei, einmal, eins, zwei, vier, und acht. Ja. Der kommt ja außendran. Der kommt außendran. Damit der rausguckt. Na, ich bin doch nicht fertig. Doch, bist doch. Nein. Doch. Nein, die Sachen hier fehlen noch. Höh. Na eben. Und ich wäre es dann wieder gewesen. Okay, weißt du. Genau. Jetzt darfst du. Der ist ein bisschen komisch, aber wenn du meinst, dass der so rührt. Ja, aber guck das so ran. Ja, ist okay. Wir werden es ja gleich sehen. Wenn es nicht passt, du loben. Ja, aber. Aber, aber, aber. Siehst du auch selber so. Ich sehe das genau anders. Für mich ist das rund, nicht eckig. Mach hin. Du musst ja genau gucken. So wie du auch. Ich brauche nicht genau gucken. Hast du ja gesehen. Tam, 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 tam. So wie geht das. Na ja, dann wieder korrigieren. Ja, das ist ein Richtiges. Bis hier habe ich noch jeden Fehler eingesehen. Und gesehen. Gesehen hast du es in deinem. Jetzt weiß ich was Falsches an deiner Konstruktion. Was soll? Das mache ich gleich. Ja, da ist nichts falsch. Doch, das ist falsch. Der muss hier hin. Ja, eben. Jetzt. Oh, nein. So, ja. Ja, siehst du, der kommt der Einer hin und der kommt so, ne? Siehst du selber. Sehe ich selber. Ja. Wenn man die alles selber macht. Richtig. Jetzt fahrt im Kloat. Das ist gut da. Schau, dass wir das Ding nicht wiegen können, wenn es fertig ist. Können wir doch. Mit einem Karton schon 32 Kilo wiegen. Können wir doch. Können wir doch wiegen? Na ja, mit meiner Waage geht das nicht. Warum nicht? Weil die sowieso schon falsch gehen und zu kleines. Zu klein, ja stimmt. Das wäre meine auch. Ist ja nur so ein kleines Ding. Nein. Noch mal. Hä? Noch mal, ist wieder kaputt. Ja, das geht hier nicht mehr dran. Ich werde mal Luke anrufen, das wird heute nichts mehr. Kann er erst morgen vom TÜV abholen. Das ist Wasser dran. Ach so oder so, weiß ich jetzt. Oh Mann. Warte mal. Irgendwas ist koscher. Der gehört doch da gar nicht hin mir. Der Traor. Das meine ich ja. Irgendwas ist so koscher. Aber den hatte ich doch vorhin. Da, siehst du? Das ist schon richtig. Du hast mich alles durch nachgebracht. Der ist schon richtig. Boah, der verdickt ihn doch gar nicht. Oder kommt da noch einer drauf? Oder was? Da kommt noch dieser Kau. Ach, da oben. Tschau, tschau, tschau. So, jetzt kommt der so. So, nein. So. Kannst du mal umflättern? Ist es ja? Ich warte lieber, bis das fertig ist. Sonst lass mich doch mal gucken. Da stimmt was nicht. Kannst du schon mal umflättern. Gleich. Ja, gut, bist du da. Da siehst du, es geht schon los. Warum passt das denn? Es geht schon los. Die Blätter mal schnell umbefallen. Oh nein, ich wusste es. Ja, aber, aber. Bin er weit gekommen? Der Bräune ist doch da direkt dran. Richtig? Was meinst du denn? Ja, dieser Bräune steht hier beim reinstecken. Das stimmt. Nee, nicht unbedingt. Doch. Ach so. Das stimmt doch. Das ist doch so richtig. Das ist genau da daneben. Genau da daneben. Was ist denn das halt? Nee, hier brauchst du nicht gucken. Der hat da nix. Kommt die vielleicht hier rein, die Pille. Von der anderen Seite. Nee, dann würdest du auf der anderen Seite nicht passen. Richtig. Doch, du kannst dich ja, klar. Wenn du es hier rein sitzt. So. Was ist das denn von der Optik? Halt nicht, mach doch einfach mal. Mach doch einfach mal. Ja, mehr als verlieren kannst du nicht. Das ist jetzt das einzig Logische. Oh nein. Wie ich dieses Geräusch nicht mag. Also ein bisschen weiter auseinander, aha. Ich auch. Naja, bis zweiter auseinander. Guck mal, das muss ja direkt da dran eigentlich. Ja, komm, mach. Mach die Säte dran. Boah, jetzt wird er muffig. Komm, mach. Ist egal. Ist egal. Das ist egal. Oh mein Gott. Befehlig. So, jetzt leg mal nicht alles mit anderen. Achso, das ist deine Seite, da kannst du machen. Hast du es jetzt dran? Nein. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Deswegen, wir wollen erst mal beide Seiten und machen das gut, okay? Aje. Dann geht das, glaube ich, besser. Verstehst du? Weißt du Bescheid? Ja, meinst du, wenn es Spiegel verkehrt ist, kannst du dich an der anderen Seite orientieren, ja? Genau. Vielleicht kannst du das. Kann ich. Nicht nur vielleicht, ich kann das. Fleisch. Das sind mir schon viele Scheine übrigens, oder? Du hast doch noch nicht mal die letzte Seite aufgeschlagen. Sag doch nicht jetzt schon wieder, was du... Äh, da. Bauch, kann ich. Da, Bauch. Ist ja auch noch stetig, wenn er nichts machen kann. Was? Ich bin voll lieb. Mann, Mann, Mann. Die letzte Person und er... Nein, lass. Das ist doch... Jetzt kannst du nicht abwarten. Ja, das ist korrekt. Also eigentlich sollte das so, was nicht funktionieren kann. Das ist zu weit weg. Das ist zu nah dran. Und so kann es auch nicht dran. Ne, da sitzt tatsächlich irgendwas. Passt da von der Sache her nicht. Genau. Vielleicht ist das Ding auch zu weit weg. Oder ist zu nah dran. Welches Ding an? Der 4er-Klotz, ja. Der hier, dass der irgendwie falsch sitzt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber ne Lösung. Ja, ne Lösung. Dann würde es nämlich einfach hier reingehen und irgendwie zwei Plätzchen weiter nach vorne, damit das passen. Außerdem, was heißt hier, ich kann es nicht abwarten. Das ist ja einfach nur Beschäftigung-Kram. Ich kann ja nichts machen. Ja. Ja, und schon. Ich kann immer was tun. Ja, eben. Und das tun wir können. So. Ich blende mal wieder eins zurück. Das hier, das ist halt auch so eine Sache. So. Das ist ja nur das Geringste. Ist so rum. So, dann kommt diese Platte. Aber wie kommt die denn da dran? Unten, oder? Ja, aber so? Nach außen hin. Ja, genau. Ja, aber dann schließe ich auch rüber. Ja, das musst du halt überstehen. Ist doch nicht schlimm. So, ne? Ne, so kann es ja nicht. Ja, ja. So, so wie du es hattest, genau. Mach ich doch. Ja. So kann der nicht. Ja, sorry, wenn du fünf Sachen abreißt, dann muss ich mal wieder gucken. So. Und ich sag, der Schlitten sitzt falsch. Das sieht man ja hier. Guck, da sind drei frei und da sind drei frei. Dann ist er falsch rum. Guck. Hier, guck, da sind drei auch drei und da sind auch drei. Ne, das meine ich nicht, dass die Pinöckel andersrum müssen. Ja. Müssen sie auch. Ja, das heißt, ich müssen sie auch. Mann! Das machst du, aber ich weiß jetzt nicht, wie es kann. Wollte sagen, dann passt das auch mit der Länge. Das war hier Pause. Dann kommt das nämlich auch hin, so wie wir es hatten. Oh yeah. Oh yeah. Oh ho. Oh ja. Also. Mach fertig. Also, sagt er. Also sprach da. So rum, ja. Und sprach also. Genau. Die langen Pinne nach hinten hin. Dann passen die nämlich genau da ran. Dann passt es nämlich so dran, wie ich es vorher hatte. Schauen wir mal. Nix, schauen wir mal. Mach dran. Schauen wir mal. Mach. Tu mal Kassett. Ja, was macht er denn da? Ja, dran. Wie du das wolltest. Und paar. Ja, oh oh. Guck mal, wie schön das auf einmal ist. Das muss noch einmal gehen. Viel zu leicht. Das geht nicht. Das muss auch falsch sein. Das ist mir zu einfach. Ich will das so nicht. Ich muss das kompliziert haben. Ja, komm schon. Ja, gucke mal. Das sieht doch so ja richtig aus. Ja. Ja. Das ist so viel dünnig, ja. Ich bin nicht zufrieden. Das sieht gut aus, aber ich bin nicht zufrieden. Machst du die Arme her, das ist eher deins. Das ist meins? Ja, das ist eher deins. Ich komme mit solchen Erben hier nicht klar. Die sind doch voll leicht. Ja, weil du sagst, wie die Steine aussehen. Ich fühl dich mal. Die müssen doch nur an den Hörern holen. Ja, dann mach das bitte nur. Woll ich doch. Einmal. Zweimal. Machst dran, das ist doch voll einfach. Ne, andersrum. Toll. Haben wir jetzt irgendwo einen falschen eingebauten? Hör auf. Ja, ist so. Einen brauche ich in grau und nicht in dunkel. Schwab, 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 schwab. Kannst du hier gucken? Ja, hier sind. Das sind zwei, das ist korrekt. Da sind zwei, da ist einer. Da hinten ist auch nur einer. Scheiße. Ja. Wo ist der denn jetzt her? Warte mal, hier kannst du es aussehen. Zwei, zwei, drei hier unten. Da ist einer. Ja. Wenn dann, musst du hier was falsch sagen. Ja, unter der Reihe. Ja, das ist eine andere Seite. Guck mal, wo du meinst. Ja. Ich hab noch zwei Seiten davon. Ne, ne, das ist ein anderer Teil. Das ist ein anderer Teil. Ne, das ist was anderes. Ja, wir haben doch einmal links und dann rechts gebaut. Da. Ja, aber das sind andere Teile. Das passt schon. Eins, zwei, drei, eins. Eins, zwei, drei, eins. Ich meine hier. Den. Den haben wir doch auch gebaut. Ja, aber hier sind doch ganz andere Teile. Das sind doch solche nicht. Ja, aber hier ist er auch. Ja, der haben wir ja. Ja, das ist der Eileher. Ja, das ist ja richtig. Kommt der jetzt hier dran. Ja, tut mir leid. Ja, mir auch. Na ja, ist eh nur Optik nur. Ja, hallo. Ist wichtig. Muss ich nachbestellen. Weißt du ja noch. Mach ich ja. So was mach ich. Ja, das ist auch richtig. Ich bin froh, dass nicht irgendwo in der Mitte so ein Teil fehlt, wo alles dranhängt. Das wäre natürlich dann Burnout. Also statt was? Statt den... Der muss hell sein, so wie die anderen. Also statt den hellen, muss den dunkler. Nee, eben nicht. Achso, bei dir jetzt, ja. Aber ich wüsste nicht, wo. Laut Plan passt das dann. Weil du kannst es ja auch so austauschen einfach nur, wenn du meinst, du kommst ja jederzeit wieder ran. So ist nicht. Ich gucke. Bestand der hellen, was denn doofen wären. Die sind alle dieses helle Grau, da ist kein dunkles Grau, da ist Quatsch und da ist richtig und da ist auch richtig. Drei Stück. Ja deswegen, das haben wir schon korrekt. Alles korrekt. Der muss eben hell. Haben Sie aus Versehen Falsches. Nicht möglich. Aber da kommst du ja jederzeit ran, das ist ja offen. Ja ganz und Dank. Ähm wo? Was ich nicht, hab mich noch nicht, ich bin beschäftigt. Irgendwo unten drunter, hier. Ja hier gegenüber. Das muss so zeigen. Hä? Ja genau. Hä? Ja das ist toll. Es geht ja wunderbar. Soll ich mal gucken? Nein. Ja. Er macht selbst okay. Ja muss ja hier ran. Da ist das. Weil das, diesen, diesen sieht man nicht mehr. Doch sieht man. Ne, diesen sieht man nicht mehr. Da reinstecken. Da reinstecken, genau. Oh Herr. Ne, muss man mal jetzt mal wissen. Wo kommt es? Seidens, ich muss ja mal aufgeben, dass dieses Scheiß Teil ist. Verstehe ich gar nicht. Ich setze ihn einfach drauf. Der hält doch recht gut. Oh nein. Eben nicht. Du kannst doch schon wieder falsch, glaub ich. Ja, wieso. Krrrr. Ruhig, vorne. Krrrr. 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 Darf ich da mal was? Doch, keine Teile, die ... Ja, das ist okay. Hallo? Ja, das ist nun mal falsch. Das ist falsch. So filigran, ey. So kommt das, dann fällt das auch nicht mehr ganz raus. Nicht mehr ganz raus? Ja, das fällt raus. So, das war jetzt hier. So, das kommt jetzt hier hin. Da ist wieder so ein Pinockel hier an der Seite. Ja, da bestimmt was zu sagen. Welcher Pinockel? Und da. Oder? Ist da ein Gegenstück irgendwo? Na doch, ne. Ist da auf der anderen Seite noch was? Ne. Das kommt einfach her als Gang hier. Ist nicht irgendwo fest. An dem Gelben hier, ist da irgendein Pin oder so? So. Ich zoom das mal kurz raus, sonst können wir das nicht sehen. Das kommt hier ... So. Ah. Oh nein! Wie sieht da mehr ab? Auf der letzten Meter. Das ist einigermaßen fest. Und hier oben, das muss drüber, ne? Nicht drüber. Oh je. Da kommt schon wieder alles ab. Das ist ja nicht sehr stabil hier. Ja, der hat Lego diesmal nicht gut. Normalerweise ist das immer super und besser. Ja. Ja. Ja, das wird ... Ne, mit dem Pin hat das nichts zu tun. Ne, das wird einfach hier ... Hatte ich ja schon fast alles richtig. Ja. Die haben wir nicht hier nur so reingeschoben. Ja. 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 Lego. Das ging schon mal besser, Lego. Ja, weil das hier ... Das ist halt zu wackelig. Da hätte man noch hier einen ... Ja, irgendwas ohne Ruhe sagen. ... zur Stabilität. Weil dann geht das ab. Wieso muss man das noch einmal kriegen, dann geht das ab. Das ist nicht gut. Nicht gut. Da kommt doch nichts drunter. Ne. Ne, das ist ja hier wegen ... Damit das hier ... Diese Schiene kommt da. Deswegen ist das ... Mir wird dagegen nicht besser. Lego hast du ... Haben sie recht. Ne. 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 nächsten tüchern setzen